...Tonum Doktor in Hamburg, zu Mohamed Idrisi in Bremen, zu Ferhat Mayuf in Berlin, zu Atschie... ...über polizeilichem Terror. Wir sind heute hier, nicht nur um unsere Anteilnahme zu zeigen, sondern auch um deutlich zu machen, erst wenn man uns vergisst. Wir vergessen aber nicht. Wir kämpfen weiter. An dieser Stelle noch ein paar... ...kündigen zu dürfen, der uns zur Begrüßung ein Grußwort der Initiative 2. Mai mitgebracht hat. No peace. Wir fordern ein sofortiges Ende der Polizeigewalt, eine öffentliche Anklage und müssen unsere Aufführung. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. Ich freue mich, dass das Bündnis keine Sicherheit... ...und weniger Sicherheit für uns alle. Die Polizei wird die sozialen Probleme dieser Gesellschaft nicht lösen. Diese Polizei, wie wir sie in Mannheim erlebt haben, ist keine Sicherheit. No peace. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace.